Also wir sind seit fünf Tagen vor Ort. Wir haben die Trainingshallen aufgebaut, das Podest steht bereits. Unsere Geräte kommen aus Altbach, das ist in der Nähe bei Stuttgart und die werden im Werk direkt gefertigt und fahren dann direkt mit Sattelzügen hier zu uns nach Basel. Unsere letzte große Veranstaltung war die WM in Stuttgart, das heißt eineinhalb Jahre ging nicht wirklich viel und wir haben auch alle im Vorfeld gesagt, wir haben wieder richtig Spaß an der Geschichte und wir haben auch richtig Bock auf die EM. Das ist eineinhalb Jahre. Das ist eineinhalb Jahre. Das ist eineinhalb Jahre. Das ist eineinhalb Jahre.